Tief unter ihr ist das Meer. Sanft rollt es gegen die Klippen, ein endloser Choral. Aaron schnalzt mehrmals pro Sekunde und orientiert sich an dem Echo der Felsen links. Die Strecke hat sie gleich am zweiten Tag zum Joggen gewählt. Zwölf Kilometer über die Steilküste am Fährösund. Sie kennt die Zahl der Schritte, weiß, wo der Pfad die Biegung macht, der sie nach Osten folgen muss. Der Schall, den ihre Klicklaute aussenden, wird von den Bäumen reflektiert, die ihr signalisieren, dass sie die Kuppe fast erreicht hat. Aaron mag keine Kiefern, darum hat sie beschlossen, dass es Pinien sind. Blind zu sein hat doch Vorzüge. Die Wintersonne ist in ihrem Gesicht der frostige Wind. Wie jeden Morgen hofft sie, dass er ihr beim Nachdenken hilft. Bitte kommen sie zurück zur Abteilung. Der Satz von Inan Demirci halt unentwegt in ihr nach. Sie tippt auf die Uhr. Die Computerstimme sagt, 5. Februar, Donnerstag, 8 Uhr, 30 Minuten, 11 Sekunden. Das ist die einzige Gewissheit, die sie hat. Ihr Handy vibriert, sie geht nicht ran, zählt die Schritte. Noch drei, zwei, einen, sie ist im Wald. Aaron weiß es, weil es dunkler wird. Sie macht nachkehrt, läuft zurück ins Helle und bleibt stehen, in diesem Moment gefangen. Seit vier Wochen darf sie das haben. Seit fünf Jahren Finsternis plötzlich aufbrachen. Sie ist noch immer blind, doch es ist nicht mehr dasselbe. Vorgestern der Radfahrer im Dorf, fast wäre sie in ihn hineingelaufen, aber Aaron ahnte seine verschwommene Silhouette, ein Klecks wie in einem Rohrschachttest. Etwas Schwarzschwankendes im Hafen, vielleicht ein Schiff, ein anderer Jogger, grauer Tupfer, der tanzende Hund im Puderweiß, bellender Wirbel. Sie trottet ins Dunkel, bleibt erneut stehen und kostet bereits die Vorfreude auf das dünne Licht aus. Zaghaft wie die Ahnung eines Tagesanbruchs, wartet es auf der anderen Seite des Waldes auf sie. Aaron lauscht im Raunen der Bäume, verliert die Zeit. Ein Specht tackert, Eisnadeln pieksen ihr glühendes Gesicht. Weiter. Zweiundsiebzig Laufschritte bis zur Weggabelung, sie schnallt ruhig und gelassen und schlägt lang hin. Es ist ihr möglich, einen Baum zu orten, einen Menschen, ein Fahrzeug, ein Haus. Jedoch nicht den Ast, den der Sturm letzte Nacht abgerissen haben muss. Der blaue Fleck ist nicht schlimm. Wohl aber, dass sie durch den Sturz die Schrittzahl vergessen hat. Jetzt muss sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen, um die Weggabelung nicht zu verpassen. Sie schnallt und empfängt eine kräftige Rückkopplung von der Jagdhütte halbrechts. Aaron kann wieder joggen, denn jetzt weiß sie, wie viele Schritte es bis zu der Klamm sind. Sie ist tief, geschätzte zehn Meter. Unten ist der Eisbach, dessen Gurgen sie bald vernimmt. Ein Baumstamm liegt darüber, vielleicht 40 Zentimeter breit, von vielen Wintern abgeschliffen morsch und spiegelglatt. Ein richtiges Biest. Aaron wird langsamer und tastet sich im Brausen des Wassers an die Stelle heran, geht in die Hocke, findet den Stamm. Drei Meter. In der Mitte ragt ein Aststumpf heraus. Dort entscheidet es sich. Sie hätte an der Weggabelung geradeaus laufen können. Der andere Kurs ist ungefährlicher als ein Kudammbummel. Aber dieser Stamm und das, was sie mit ihrem Puls macht, ist wie eine Brücke zu ihrem alten Leben. Und für die Sekunden, die sie über dem Abgrund balanciert, ist Aaron wieder die Frau, die sie einmal war. Sie setzt einen Fuß darauf, dann ihren zweiten steht quer. Behutsam nähert sie sich dem Stamm. Aarons rechter Fuß berührt das Hindernis. Sie merkt, wie ihre Muskeln kräftiger durchblutet werden, weil ihr Körper sich bereit macht. Aaron hebt den Fuß und setzt ihn auf der anderen Seite wieder auf. Sie verlagert ihr Gewicht, hält die Hand Innenflächen wie eine Ballerina vor den Körper und vollführt eine halbe Pirouette. Ihr linker Fuß ist schwerelos wie Licht. Sie tippt mit ihm auf den Stamm. Steht, genießt das Adrenalin, ihre Belohnung. Doch plötzlich ist der Eisbach nicht mehr tief unten, sondern Toast in ihr. Sie hört, wie der Baumstamm bricht. Aaron springt. Sie fliegt ins Nichts und zwingt sich, nicht an den Abgrund zu denken. Mit einer Hand kriegt sie etwas zu fassen, eine dicke Wurzel. Sie klammert sich daran fest und fasst mit der zweiten Hand hinterher, baumelt in gähnender Leere. Der Stamm stürzt in die Schlucht und zersplittert unten. Ganz langsam zieht sie sich an dem Strunk hoch. Er gibt nach. Sie rutscht einen Meter tiefer. Es ist, als ob Rasierklingen in ihre Lunge steckten. Wieder kämpft sie sich nach oben. Ohne Gefühl in den Händen, ohne ihre Beine zu spüren, schafft es. Sie rollt sich in den Schnee. Sogar den Mund zu schließen, die Zunge zu bewegen, zu blinzeln, würde mehr Kraft erfordern, als sie noch hat. Nach einer Ewigkeit kommt sie auf die Knie, dann schwankend auf die Füße. Sie sieht den kleinen Jungen. Er steht an derselben Stelle wie gestern, mitten auf dem Weg. Sonnenstrahlen flirren und tanzen durch die Kronen. Der Junge drückt seine Plüschgiraffe an sich und starrt Aaron an. Sie weiß, dass er nicht wirklich ist und geht durch ihn hindurch. Minuten später müsste sie den Waldsaum erreicht haben. Aber die Dunkelheit weicht nicht. Unsicher bleibt sie stehen, hat sie sich bei den Schritten verzählt. Mit Herzklopfen geht sie weiter, hält nochmals inne und schnalzt. Kein Echo. Aaron variiert den Klick und erzeugt mit ihren Lippen einen Knall. Nichts. Sie ist auf der baumlosen Ebene über den Klippen. Das Meer ist fast still, lässt sie ihren Atem hören. Möwen lachen. Die Angst, die sie immer fort hat. Die Angst, wenn sie vor dem Einschlafen ihre Nachttischlampe zehnmal an- und ausknipst. Wenn sie morgens die Augen öffnet, die Vorhänge aufzieht. Die Angst, es wäre erneut so finster wie all die Jahre, ist nun vorbei. Denn es ist geschehen. Auf den zwei Kilometern bis zum Hafen der Insel denkt sie hundertmal dasselbe. Ich werde nie mehr sehen. Ich kann nicht zur Abteilung zurück. Ich bin verrückt.